Hallo und herzlich willkommen hier bei den Thai Travel Prince. Wir möchten euch heute den Ao Tapao Beach auf Kokut einmal vorstellen. Der Ao Tapao Beach ist ein öffentlicher Strand, welcher unter anderem über das Sifa Resort zu erreichen ist. Idyllische Palmen, die Sauberkeit, der weiche weiße Sandstrand, die unaufdringliche gastronomische Bewirtung durch die angrenzenden Hotels, ja dies zeichnet diesen Strand aus. Dieses Pier hier wird vom Sifa Resort bewirtschaftet. Hier kann man auch mit Speedboot oder Motorboot entsprechend anreisen. Ebenso kann man hier an der Rezeption des Sifa Resorts entsprechend Angeltouren oder Schnorcheltouren buchen. Dann wäre genau hier auch der Abfahrtsort bzw. der Rückkehrort. Und mit diesen Bildern von diesem türkisblauen glasklarem Wasser verabschieden wir uns vom Ao Tapao Beach. Wir bedanken uns für's Anschauen. Vielleicht lasst ihr ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.